Ich bin schon in. Was? Z! Z geht doch ab! Das hab ich auch gemerkt. Wir müssen Y drücken. Englische Tastatur. Also X ist es auch nicht. Z, Y ist es. Ah, ich hab's auch verkackt. Ach, easy. Gar kein Problem. Wie hast du das jetzt gemacht? Y! Englische Tastatur. Ja, komm. Du bärst es dir so gut. Davon könnt ihr echt einen Clip machen. Ja, wir müssen Z, Beat Z.